Und da sind wir wieder hier zurück bei Cavino, Noah. Wir haben nur noch die Siska hier. Gucken wir mal die Taschen an den Baden, da gibt es doch wieder was schönes. Einmal Münze gefunden. Hmm. Wilt, ich... Wilt, ich bin sorry, ich wartet und wartet. Hmm. 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 Das kann passieren in ein paar Jahren, Kip. Ich bete du denkst, du wirst nie enden wie ich. At first I thought you seemed like a selfish man. But now I know that's not true. Selfish people at least care about themselves. Even that is more than you're capable of. Arno was different. Despite everything, I think he still wanted... Needed to care about something. That a fact. How'd that work out for him? Was it worth it? Did it achieve anything? Randain are stronger than ever. Even without Ignez, they've got complete control of the city. Now they've secured an exclusive contract to manage the city's security. The municipal police have been disbanded. There are randain guards on every corner. Hmm. That's why we need your help. Moritz has agreed to join us too. Destroying machines is not enough. Help us to strike at those that control them. But the connection goes dead before Siska can finish. Hoffen wir mal, dass er uns hilft. The Wilt. Da vorne sind ja auch schon wieder ein paar Wachen. Hmm. The streets are deserted, but for the prowl of slick-heeled soldiers. Their uniforms are without official insignias. Siska knows their agents of Randain's quest power. They're pretty hair-like. Puh. Glück gehabt. Wollen wir jetzt mal sagen. Mehr gibt's nicht zu sehen? Gut. Dann können wir uns ja wieder hier verstecken. So, da kommt die Wache wieder. Ich hoffe, wir könnten dann hier vorgehen und dann uns dort verstecken. Oder hier oben rumgehen. Hm. Hm. Schauen wir gleich mal, welcher Weg besser ist. Hm. Schauen wir gleich mal, welcher Weg besser ist. Verwältigen können wir ihn nicht. Genau. Hier verstecken. So, und wenn er weg ist, laufen wir weiter. Da. Er dürfte nix merken und weg. Oh. Schnelles Siska Lauf. Schnelles Siska Lauf. Genau, wir gehen diesen Weg. Im Untergrund. Oh, wir bleiben weiter hier unten, würde ich sagen. Ist das gar schnee, schnee, schnee. Glück gehabt. Dann gehen wir mal hier hoch. Oh. Oh, komm der jetzt hier durch? Ah, ich dachte schon. Ich dachte schon, der will uns ärgern. Sein Glück hat siehst du gut drauf, wenn es hier ums Abschließen geht. Oh, hier kommen wir nicht lang. Okay, dann müssen wir wo hier lang? Aber wir warten, bis die Wache wieder runter geht. Türe zu. Gott. Sobald er runter geht, gehen wir schnell hoch. Beste Möglichkeit. Oder sogar so. Oh nein, oh nein. Oh. Oh nein. Oh. Oh. Glück gehabt. Was hat man hier? Ja. Hm. Hm. Okay. Die Bürgerverhaltensumkonditionierung. So. Wir müssen hin. So. Wir müssen hin. So. Das tut mir leid. Gehen wir. Ich möchte es schon gern wissen. Was tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir die Helvete wie damit. Das tut mir Quell. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Und das tut mir leid. Ich möchte es dir nicht mehr. das war schon mal schlecht wird von wachen ignoriert kein schlösser ja gut wir beide dahin ja ja du machst das macht man ja auch nicht also alles alles so wie der canvas banner hangs above the opera house doors bearing a large capital and a flowering black rose whose roots twist around a bloody red heart be careful there may be cards in there when they use this building to rehearse their rallies and speeches let's find a way on to the roof they'll never win i'm not your servant yes yes oh do you mind i'm not your servant und er kann sich ja unbemerkt bewegen hier und sie wollen ja aufs dach hmm gehen wir nur mit ihm vor mit dem maulwurf dass ich hier frei bewegen kann ist das eigentlich der einfachste weg wir machen alle türen auf sind das hier für ein quark so wie weit läuft er ja verschaffen wir den zugang zum dach ja klar wir müssen beide da sein das weiß ich doch so es ist gerade das wird sagen du gehst noch mal hoch sehr gut und auch schon er erkennt mich jetzt so wenn er weg ist gehen wir hier unten lang sobald er hier oben ist laufen wir los könnten ja auch jetzt schon loslaufen langsam aber sicher so mal schauen wie komme ich jetzt am besten mhm hätten wir vielleicht doch da lang gemusst wie weit läuft er denn eigentlich ich komme uns hinter ihm verstecken ich glaube unten lang wäre die bessere möglichkeit gewesen hier verstecken schnell sehr gut genauso das ist jetzt nicht man sonst ging es doch auch immer na gut sollte es nicht so sein noch mal das ganze könnte eigentlich eigentlich durch ein bisschen vor das ist man mittlerweile was hier los ist ich gehe einfach jeden weg den es hier gibt ja herrlich so muss das sein also es ist gar wir gehen einen anderen weg ich nehme mich hier unten lang und schicke mir das nochmal ab wie lange bleibt er zu stehen 1 ich hätte mich da verstecken sollen schnell schnell das ist gar versuchst versuchst nein da erkennt mich da kennt mich die hier den rechten das rechte augen nehmen sollen ich nehme jetzt mal nur sie ist gerade zuerst würde ich sagen wir haben keine zeit richtig bisschen durchzeppeln nochmal ach man wenn man das tut mir leid wenn ich hier so so krass drauf bin und es einfach nicht hinkriege na gut während er da ein bisschen rum ...tüppeln ...düppeln 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 so bitte lass mich nicht sehen Möglichkeit gebe wenn ich hier vielleicht hochkletter an der Leiter ja wir versuchen es weiter so noch mal das kann ich versuche es jetzt auch so wie er kann ja ja nicht laufen ich muss ja da unten lang alles andere bringt mir nichts ob er das erkennt müsste er eigentlich was für eine knappe scheiße naturheiliger strohsack ist ja noch einer so stehende im außenweg gehen er sieht mich ziemlich nicht ich bin es wirklich gerade leid ich nehme mal ganz kurz ziska wieder kann die nicht hier oben lang laufen läuft denn der lang der sieht mich jetzt ok das geht aber eigentlich schnell schnell es ist gar los auf schneller gehen hier lang wir gehen hier lang ist der bessere weg ja der weg gefällt mir doch ist klar dass da einer ist bleib mal schön da wo du bist oben rum oder unten rum ich denke mal eher hier unten lang weil oben wird schon wieder zu schwierig und da wo du bist und da wo du bist Der Weg ist ja auch dämlich, da kommt es ja auch nicht lang. Warten wir kurz bis er wieder da ist. Glück gehabt. Okay. Gibt es überhaupt noch andere Wege? Ich wüsste jetzt echt nicht mehr weiter, also ich versuche das jetzt hier noch weiter zu machen. Ja, ja. Wir müssen nicht zuhören. Zur Not cut ich das dann so, dass es passt am Ende. Ich bin nicht dein Servant. Das ist natürlich auch eine feine Aktion. So, und hoch mit dir an Siska. Ja. Den Weg kann ich jetzt nicht, da muss ich noch mal warten, aber bis der Typ da weg ist. Das hätte ich nämlich so nicht geschafft. Na dann warten wir mal und dann geht es wieder hoch aufs Dach. Und dann müssen wir wirklich versuchen ganz hoch zu gehen. ganz hoch. So, da bleibt er stehen, jetzt geht er wieder hoch. So, wenn er hoch geht laufen wir hinterher. Und weiter. So, wir sind durch. 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 Schade, dass er nicht noch eine Etage runter geht. Ich hätte hier warten können. Da dürfte er mich eigentlich auch nicht sehen. Wenn ich hier warte... Das ist nicht den ihr ernst. Wenn ich mit ihm jetzt einfach durch... Wenn ich mit ihm jetzt einfach durchrenne. So, jetzt renne ich mit ihm nur mal ganz kurz hier so hin. Wie weit läuft er denn? Läuft bestimmt nicht so weit, oder? So, jetzt verfolgen wir den mal ein bisschen. Ich mach das jetzt einfach so, ey. Das ist mir doof. Nichts, nichts. Siska scheint nicht zu hören. Sie schreit sie zu den Scheinnis, schaffst die Länge von Röpge aus der Röpge von der Stadten. Vielleicht können wir das Stadte-Pulley-System benutzen. Der Motor ist nicht genug zu fühlen, um eine Person selber zu setzen, aber wenn wir es unterreinst. Okay, let's do it. Ah, nein. Ich hoffe, der Kontrollpunkt hat gereicht, um wenigstens da hochzukommen. Bitte, lass den Kontrollpunkt. Bitte, 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 bitte. Ah, vielen Dank, liebes Spiel. Ja, genau an dieser Stelle mache ich jetzt auch Schluss für euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.